So, jetzt hören wir bei diesem Video noch den Vergleich zwischen der Remus-Abgasanlage und dem Originalauspuff. Wir geben uns das Ganze einfach mal und dann schauen wir mal, was die Remus-Abgasanlage so bietet. Ich denke, der Remus ist in Ordnung. Okay, ein weißer 1,40. Okay, Originalauspuffklappe zu. Würde ich jetzt mal behaupten. Ah, schöne Blenden, das finde ich nochmal wieder gescheit. Ja, aber kennt man nicht anders von Remus. Ich finde, Remus hat immer schöne Blenden. Okay, ist es jetzt Klappe auf oder zu? Ich weiß nicht, ich denke mal zu. Der ist sowieso noch im Kaltstart, das ist jetzt nicht so sinnvoll. Gut, das Video war jetzt nicht so der Brüller, sage ich euch ehrlich. Wir finden wir den Kontrast gut zwischen Komfort und Sport, Sport Plus, wenn die Klappe sich öffnet und schließt. Dazu noch ein bisschen Schubabschaltung. Ich meine, bei geschlossener Klappe hört sich ja fast jede Abgasanlage gleich ein. Da gibt es kaum einen Unterschied, denn die sollten da ja ihre 80, 85 Dezibel einhalten. Naja, das Video war mal...